So. Wen soll ich tippen? Folgt mir! Joop! Ja, jetzt heißt es dann nur uns wieder aufbauen. Auf meinem Befehl. Okay, jetzt heißt es erstmal wegrennen. Wegrennen, wegrennen. Das ist zu viel. Das ist echt zu viel. Und los! Mir nach! Ein ehrloser Hinterhast. Silbern glitzert der Tod. Vorwärts, Krieger! Wen soll ich tippen? Hier kommt euer Kontakt. Ja! 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 Okay! 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 Das Gute ist, bald stehen die ganzen Nekomanden, die wir verloren haben, wieder auf. Das Schlechte ist, hier stehen jetzt Truppen. Das heißt, ich muss mir gleich meine ganzen Nekomanden schnappen. Wenn sie wieder auferstanden sind und sie in Sicherheit bringen. Jedenfalls die hier oben. Lasst uns kämpfen! Die Runebefehl wird sofort ausgeführt. Sie sind überall! Haltet durch, Männer! Gebt euren Befehl. Wir sind der Tod. Nor ist mit uns. Für die Macht Norrs! Kriegsherrn. 14. Also noch 6 Kriegsherrn erstmal. 6. So. Und auch wenn es uns nicht viel bringt. Wir können das nächste Bevölkerungs-Upgrade machen. Also ja, wir haben noch das Lager hier oben. Und das Lager hier drüben, wo auch dann nachher der Riese spawnt. Dass wir also dann als letztes machen. Jetzt brauchen wir auch wieder neue Havoks. Ja. Jetzt ist aber auf jeden Fall das kleine Lager los geworden. Damit das nicht wieder unnötig viele Wölfe spawnt. Was? Ja, ist gut! So, gleich ist Mitternacht. Lass uns kämpfen! Eure Gegenwehr ist vergebens! Silbern glitzert der Tod! Endlich! Für die Ehre! Lassen wir sie nicht warten! Ein ehrloser Hinterhalt! So. Gut. Wir haben die Nekromanden erfolgreich da wegbekommen. Feindlicher Angriff! Es kitzelt! So. Unsere Havoks konnten wir sitzen. Gebt euren Befehl! Lasst uns kämpfen! Für die Ehre! Nor ist mit uns! Gebt euren Befehl! Gyene! Uftir! Gebt euren Befehl! Syrl-Üverknöh dünn! Und glitzert der Tod! Oder wir holen uns wirklich zuerst diese, äh, dieses Lager und dann dieses Lager, weil irgendwie sieht dieses Lager böse aus als dieses Lager. Vor allem, wenn vorher dann die Gegner, die, äh, Angriffstruppe erstmal rausgeladet kommt. Ja, das erste und das sechste Lager fehlen noch. Ja, und wie gesagt, wir brauchen das erstmal wieder drum. Lahr ist mit uns. Vor allem Hexenmeister werden jetzt gebraucht. Lahr ist mit uns. War ich ne gute Idee, umzorgen, von uns das Lagerplatz zu kriegen? Komm zu Hump, komm! Die Rune befehlt? Sie sind überall! Zu Befehl! Sie sind überall! Wird sofort ausgeführt! Sie sind überall! Feindlicher Angriff! Haltet durch, Männer! Haltet durch, Männer! Schließt sie rein! Schließt sie rein! Schließt sie rein! Gut! Unser Gold steigt auch durch die ganzen Gegner ziemlich rasant. Untertitelung des ZDF, 2020 Das war's, das probiere ich mal aus. Das hat nämlich wenigstens noch einen Sinn. Achso, das waren nur drei Teile, gell? Ja. So, ob das nicht vielleicht besser ist. Für die Macht Noors. Noor ist mit uns. Noor ist mit uns. Sie sind überall! Oh. Irgendwie schon, ja, ein bisschen. Also ihn mit dem Knochenschnitzer-Set. Die hier oben scheinen wirklich nicht anzugreifen. Was recht hilfreich ist. Wir sollten mir vielleicht mal auch ein paar von denen ausbilden. Vielleicht Todesrittern. Irgendwie schenke ich denen absolut keine Beachtung, muss ich zugeben. Also nachher noch fünf Necromanden, dass wir 25 haben und dann den Rest in Todesrittern investieren. Hab zwar auch nicht mehr so viel Mondsilber. Aber sollte irgendwie okay sein. Sollte die Einnahmenen talking. Die Inhaluerung auch nicht, muss ich immer glauben. Sollt den즈 köktak interactions noch nicht Wirkung Court Morgen Servus. Dann hast du dasる aussitut hin. Die Inhaluerung sind unsere Sinds genau dann, also mit dem Ở graciasannée Stur. Sollte es nicht mehr wenn die Demensоне móvzen. Appцион die Können sich der Flüge ausdlerweile现 lassen. Einmal die damage einz Steam sein decidem mobility. Ja, der andere Sachen sind die Für die Ehre. Zu Befehl, zu Befehl, zu Befehl, sie sind überall, feindlicher Angriff, und verzüglich. Sie sind überall, sie sind überall, halt doch still. Das Gute ist, die Steinbäschen fallen auch sehr schnell, sie sind unter Glaskanonen. Zwei brauche ich, glaube ich, noch, oder? Lasst uns kämpfen! Ja. Zwei Hexenmeister werden noch gebraucht, das Problem ist halt das Arya. Da ist der Brunnen schon relativ erschöpft. Und hier, ja, hier ist halt noch der recht voll. Aber der andere halt, aber die anderen beiden halt nicht. Da ist leer, da können sie nichts mehr sammeln. Vielleicht irgendwann nur noch Assassinen. Die kann ich ja raushauen, 45 Stück. Gut, ich würde aber sagen, wir speichern hier erstmal wieder. Und machen einen Cut. Also, bis gleich. Und machen wir soeastig. Und thema ist also nochartediges, das ist einfach, dass zum Beispiel, mal richtig künftig ist. Und dann machen wir unsescub spoich.